Das ist mit Abstand das beste Versteck für eure Fortnite-Rank-Runden. Für das Versteck müssen wir zunächst einmal zu Ruined Reels fliegen und uns dann Richtung dieses kleine Gebäude hier vor uns begeben. Zwischen diesen beiden Bäumchen finden wir dann einen Eingang, wo wir hier dann diese erste Kiste hier abbauen müssen. Dann kommen wir hier in so eine Art Labor, wo wir hier auch übrigens ein paar nice Waffen haben, die wir uns auf jeden Fall mitnehmen können. Dann müssen wir die ganz hintere Wand einmal abbauen, damit wir hier einmal in diesen kleinen Spalt hier springen können. Und man denkt sich hier, ey, das ist vielleicht schon mal ein ganz gutes Versteck, wenn man hier in diesem Spalt ist. Aber man kann hier noch weiter. Und zwar, wenn man hier diese Wand abbaut, kann man durch diese Treppe, beziehungsweise unter diese Treppe durch. Und hier hört das Ganze immer noch nicht auf. Theoretisch könnte man sogar hier schon campen und irgendwie mit der Pumpe lauern. Aber wenn man noch vercamter ist, dann kann man natürlich immer noch weitergehen. Und zwar indem man diese Wand hier abbaut. Das ist ja Wahnsinn. Dann haben wir hier nochmal einen Spalt, den wir hier hochkraxeln müssen und dann sind wir hier hinten angekommen. Hier können wir diese Wand theoretisch abbauen, aber hier kommen wir dann eben raus. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Sondern ich würde dann einfach hier drin stehen. Und wenn ihr euch hier irgendjemand findet, dann weiß ich halt auch nicht weiter.